Ich weiß nicht, ob ich damit schon anfangen soll, ich probiere es einfach aus. Und was war das für ein Treffer gewesen? Kein großartiger. Ach, Lungentreffer. Wie bitte? Ach, verdammt, was ist das denn für ein Gewehr? Ja, lass sie auf jeden Fall kommen. Ziel in der Nähe? Ähm, ist das Häuschen? Verdammt! Leute! Hey! Bleibt mal ruhig! Oh, die Treppe ist ja riesig! Oh! Ich sehe mich von hier aus gar nicht. Bis sie erstmal da runterkommt, ist ja auch nicht schlecht. Gibt es noch irgendwo? Guck mir! Die Treppe ist ja riesig! Wo? Da! Komm doch ruhig die Treppe runter! Guck! Ach, um den können wir uns gleich Hier ist nix Nix, nix, nix Hier geht's raus Da bin ich noch gar nicht raus Nach oben geht's nicht Aber hier nach unten Okay Wo bin ich hier Das dachte ich mir auch gerade Was ist denn hier los Das so gut ist Gut Ähm Auch billig schneller Das ist schon so ein halbes kleines Labyrinth hier Gibt's hier noch einen Zweitausgang Oh, wie gibt's denn Oh Oh Ähm Und nun Ach, verdammt Gut Gut, wir sind auf alle Fälle erstmal in Sicherheit Ah, wir sind doch hier dringend Ach, shit Ah, hier ist ja noch Ein Dokument Warum nicht draußen Geht mal hier hoch Ach, shit Ach Puh Hat irgendeine Position finden Wo ich vielleicht alle auf dem Hof erledigen kann Obwohl immer die sind Ähm Stein 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 Eine gute Idee Ähm Hier scheint niemand zu sein, wa Das wird ziemlich laut Jetzt Billy Ob das so gut war Bop 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 Der Abend hat den Leuten also geholfen zu fliehen Mutig Ich hoffe, es geht ihm gut Gut, was sind die alle? Das ist ja verdammt ... Da ... 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 Der war aber schon ab. Okay. Okay. Was haben wir eigentlich hier alles? Wir haben eine S-Mine. Keine Ahnung, was das ist. Eine Stolpermine. Okay. Okay. Hmmmm... Sonst ist nichts mehr zu finden. Sonst ist nichts mehr zu finden. Ah, kann ich den ganzen Tag so machen. Aber es bringt mir die Leuchtpistole auch gar nichts, wenn die sowieso alle hier drin sind. Hier ist nun mal irgendwie eine Granate oder sowas. Ah, guck mal, was er überhaupt hat. Ah, guck mal, was er. Ja, gut, mega effizient ist das auch nicht, aber ziemlich sicher. Oh! da sehe ich die alle gar nicht wo sind die denn ach ein toter Winkel ja 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 Mitten ins Herz, oder? Da war, glaub ich, ja die Lunge gewesen. Da! Komm raus, komm raus! Ah! Ah! Come on! Ja! Äh, nee! Viel ist hier gar nicht mehr übrig. Wo ist denn der eine hier? Ja! 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 Ja!